Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Willkommen zurück, wir sind wieder da bei Bioshock und zwar haben wir hier gerade das Casino untersucht, schauen uns jetzt mal ein bisschen weiter um, werden dann hier mal ein bisschen gucken. Wir haben unser Kunstwerk erweitert, oh hier gibt's, ach nein das ist wieder nur zum Basteln oder? Hackers Delight Spy, können wir erstmal nicht gebrauchen, Autohacker können wir auf jeden Fall gebrauchen, Blutdurst, da wir eh gerade mit der Maschine unterwegs sind, Eve Saver, wir legen es erstmal in die Genbank, aber wir sind eh gerade mit der, äh, mit der Keule viel unterwegs, weil die grad am effektivsten Schaden macht. Oh, hier schreit doch schon wieder eine. Oh, geh weg Mädel, hallo. Oh, wie du mir auf den Senkel gehst. So, was war denn jetzt hier hinten? Hier ist doch gerade irgendeiner langgeflitzt. Wie kommt man denn da hin? Hier vielleicht? Mal schauen. Achso, hier ist nur Schrotmunition, gut, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ähm. So, waren wir hier schon? Nein. Öh, was ist denn hier los? Erstmal eine Kamera. Da oben. Das ist schon mal nicht gut, die Kamera, die müssen wir erstmal wegmachen. So. Und hier gehen wir nach unten, hier gehen wir nach drüben. Hier gehen wir runter. Na toll, jetzt haben wir keinsmal was runter geht. Naja, da müssen wir halt ein bisschen umbauen. Umbau, Pause. Da. Hallo, was ist denn mit dir los? Also dieser Typ, ne? Man muss sagen, so ganz knusper im Kopf ist der auch nicht mehr. Definitiv nicht mehr. So, hier gibt's nur Wein. Hier lässt uns keiner rein. Aber wir haben doch vor uns irgendwo noch einen Raum gehabt. Oh. Der, die klopft. Vielleicht gibt's wieder eine kleine Little Sis. Jaha. So, hier haben wir vor uns was zum Hacken gehabt. Das werden wir erstmal machen. Und zwar mit dem Autohacker. Denn, ich denke, hier wird ein bisschen... Uh, das war knapp. Dass wir den noch gekriegt haben oder gesehen haben, das war ganz gut. So, und dann werden wir uns gleich um die kleine Schwester kümmern. Beziehungsweise um den Big Daddy. Damit wir wieder ein bisschen Adam bekommen. Um demnächst noch ein bisschen Equipment zu kriegen. Beziehungsweise bessere Ausrüstung. Und natürlich auch mehr Schaden machen. So, was denn? Das war's in dem Raum hier. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nur der Typ. Und dafür habe ich jetzt hier... Gerade einen Hacker verbraucht. Na super. Oh man. So, jetzt gucken wir mal die Gamebank. Plasmide verbrauchen weniger Eve. Chameleon. Verbandskasten verleiht auch eine Menge Eve. Ne, wir nehmen mal den Blutdörster mit. Ich denke, das wird im Großen und Ganzen besser sein. Wir brauchen definitiv noch einen Körperplatz. Eve Garden. Hier waren wir schon. Aber hier haben wir auch noch nicht alles durchsucht, weil da nämlich vor uns der Herr weggerannt ist. So, also haben wir erstmal Tonband. Weißt du was? Malerei. Malerei. Musik. Musik. Das ist alles nur fauler Zauber. Cone hat Ryan um den kleinen Finger gewickelt. Und womit? Dadurch, dass er ihm sagt, was er hören will. Steh auf, Raptor. Hebe dich. Du Blödsinn. Der Quatsch war schon Schnee von gestern. Bevor Cone damit angefangen hat. Ich will von der ganzen gequirlten Kacke nichts mehr hören. Mich interessiert nur, dass der alte Sack mich hier behält. Richtig. Warum auch nicht. Aber das hat er nicht. Dafür haben wir gesorgt. Und wir basteln noch ein bisschen weiter hier. So, rüber. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir uns ein bisschen ausstatten. So, I-Spritzen, Splittergranaten. Natürlich. Machen wir. So, gibt's hier noch was? Jawohl. Oh, hier geht's hoch. Oh, hier geht's hoch. Hier gibt's bestimmt ein paar Sachen. Oh. Hallo? Hier poltert irgendwas rum. Spinnt ihr denn? Einen Film. Zigaretten. Achso, man kann ja einfach alles runterschmeißen. Na gut, das ist natürlich dann... Oh, ich kann's noch... Oh, 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 no. Oh, 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 oh. So, jetzt... So, hier können wir auf jeden Fall nochmal rüber gehen. Hoffe ich doch, ja. Da. Da. Und da. So. Jetzt haben Leute, die hier ankommen, auf jeden Fall... ...geine Chance mehr. Geine Chance. Der Daddy hat wohl seine Sister wieder eingepackt. Oh, hier liegt Geld, das ist gut. So, hier suchen wir erstmal alles ab. Meine Sammlung ist nun fast komplett. Bald werden wir sein Video, der wahre Kanzler ist. Ähm. 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 Hallo? Hallo? Wie komm ich denn hier raus? Ähm. Alter. Ähm. 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 Ja. Ähm. Ja. Ah, okay. Das ist jetzt Nummer 3 hier. Den wir noch jagen mussten. Okay. Erklärt natürlich einiges. Ah, hier kommt man wieder raus. Hier gibt es noch einen Verbandskasten, den wir gerade mal nicht brauchen. Hier gibt es sogar zwei Verbandskästen. Okay. Ah, das ist ein bisschen sehr creepy hier gerade. Boah, schreit nicht rum. Ja, du bist ja einfach. Hihihi. Du bist ja voll einfach. Üsy. Üsy. Ja, ja, haben wir schon. So, jetzt will ich erst mal noch ein bisschen weitergucken. Und wieder ein Casino. Oh, ich glaube, ich erinnere mich an das Casino. Das war ziemlich unschön hier. Hier ist eine Kamera. Hier oben ist irgendwo eine Kamera. Oh, die schwenkt einiges ab. Ey, was hast du gerade gesagt? Hat die gerade Wichser gesagt? Das ist ja unglaublich. Hallo. Holla, das war knapp. Das war knapp, 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 knapp. Knapp, 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 knapp war das. Ähm, rüber, rüber. Runter, 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 rüber, und runter. Boah, die hat gerade Wichs. Na, wo bist du? Zeig dich. Oh. Oh. Ich glaube, die ist tot. Ich habe gerade das Gefühl bekommen, Anna Carpepper Kanzler. Das ist keine kriminelle oder so eine abgebrüllte Agentin. Wir sprechen hier von einer voll gedrönten Irren, die ein oder zwei Songs geschrieben hat, die Ryan nicht gefallen. Okay, die war tot. Was liegt hier hinten noch? So ein Scheinwerfer. Oh, können wir mal zocken. Gucken wir mal was rauskriegen. Bezweifel ist zwar, aber... Yay, 25 Dollar. Da hat es gelohnt. Oh, ist deine Sister dabei? Oh, das ist Sister dabei. Go. Safe. Jetzt wirst du platt gemacht, du Pfeifenkopf. Und boom. Und boom. Und boom. Aha, und meine MGs machen dich kaputt, du Nase. Boom. Ha. Hast du dir so gedacht? Nein. Doch. Ja. Und da haben wir wieder ein bisschen Adam gekriegt. Dankeschön. Danke. Danke. Boah, Miststück. Zeit fürs Haierbettchen. Boah. Ba-bam. 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 Alter, bleibst du da? Hä? im zirkus der werte ach die scheiße wo schickt er uns den gott gott hierüber darüber nach oben es wird hier langsam ein bisschen puzzelig jetzt wird es hier langsam ein bisschen puzzelig werden man 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 so im zirkus der werte wir wollen auch schon vor post haben wir auch nichts mehr das war das casino aber ich glaube langsam habe ich alles da können wir da runter gehen können mal gucken was es hier noch so gibt das ist ja auch einfach nur ein großes zwei haken am finger zwei große hässliche haken so okay das ist hier alles klar so wir werden langsam sind wieder ein bisschen ausgerüstet jetzt suchen wir noch den garten auf gucken wir was es da als belohnung gibt wo kommen wir hier raus ach ja hier kommen wir glaube ich direkt ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht wir lassen wir überraschen da hinten ist der gatherers garten so 200 adam ist ein teil steady okay sehr cool so gesundheitsupgrade jawoll ihr upgrade jawoll das körper upgrade wollte ich definitiv noch haben damit wir das noch mitnehmen können insekten schwarm 2 elektrobolt sehr gut weniger energieverbrauch das perfekt verringert die preise am kaufautomaten so ich denke das sollte erst mal reichen so dann suchen wir uns noch eine genbank und machen erst mal einen kleinen break und sehen uns dann wieder wenn es dann heißt auf zu sender kohnen und umgehauen mit dem kerl bis dahin lasst euch gut gehen vielen dank fürs zuschauen und tschüss ich bin somewhere beyond the sea somewhere waiting for me my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing depart mit dem bei mir ich bin ich bin wenn sie sie ich bin